Hallo? Ja, geht's direkt weiter. Es kann nicht besser laufen. Wir haben einen Kälters. Hoffentlich, wenn den nicht weggepickt wird. Das hast du bestimmt nicht gesehen. Was? Hä, was? Ich muss nur das kommentieren, was ich sehe, weil die anderen das auch sehen und ich das doppelt kommentieren sollte. Wer kommentiert doppelt? Der Kommentator kommentiert. Geil, Alter. Die Kommentare kommentieren. Die Kommentare kommentier-show. Von Waischwitti. Ähm, ja. Du bist Brightwing, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und wir haben Illidan. Geil, dann bin ich Anubarak. Natürlich, wenn die Keltas jetzt nicht nehmen, was mega geil wäre, dann hätten wir einen Keltas. Ja. Überraschung. Aber die haben einen Joanna und einen Leoric. Ja, ist kein Problem. Das lief im letzten Game, haben wir die auch ohne Probleme gerippt. Moment. Äh, nein. Das sind die, die nie gestorben sind und die anderen drei waren tot. Nein. Ich nehme doch keinen Brightwing, sondern Uta. Wegen Serratul. Mhm. Das Licht lässt niemanden im Stich. Gens. Weiß. Mount. Billig. Boah, wir haben eigentlich ein ziemlich gutes Team. Bereit für den Kampf! Boah, wir haben eigentlich ein ziemlich gutes Team. Ja. 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 Anstatt ein Specialist Tassata ist okay. Okay. Arthas, okay. Ähm, ja. Das heißt nicht Leoric und Joanna. Naja. Werden die Bock haben, ne? Alte nein. Gibt's. Ah doch, da. Rake als Support. Okay. Dann sollten wir eigentlich einen von denen picken. Egal, wir brauchen auf jeden Fall noch einen DD. Ja, das bin ich. Und Tassata. Und Tassata. Aber ich finde das ist okay. Ja, wir spielen halt gerade Protect Illidan, ne? Aber wir können da, ich brauche eigentlich einen mit stetigem Damage. Soll ich lieber Felset spielen? Mir doch egal. Ne. Du hattest jetzt auch nicht mehr viel Zeit zum Auswählen. Ja, ich hatte nicht mehr viel Zeit zum Nachdenken. Ja, deine Gedankengänge sind ja eh nicht so stringent, von daher passt das schon. Die haben sehr lange Laufbahnen. Ja, ja. Wie beim 100 Meter Sprint. Ja. Den krieg ich auch nicht hin. Richtig. Da läuft nämlich nix. Ja. Yo, Ausrufezeichen. Yo. Der weiß wie man st... Du hast die Ausrufezeichen vergessen. Dings, ne? Nein. Okay, die haben auf jeden Fall ein ziemlich starkes Team, was den Damage angeht. Ja. Und ich glaube irgendwie gesehen zu haben, dass die auch keinen der Behinderten-Tanks haben. Naja, die haben keinen Behinderten-Tank. Das stimmt. Das ist richtig ungewöhnlich. Kann man bannen? Haben die das Bannsystem gestern Abend oder vor 10 Minuten eingeführt? Ja. Ja. Genau das haben die. Nice. 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 Der Ladebildschirm würde auch ein paar Animationen vertragen. Ja, ich nehme jetzt einfach meine Maus und drehe den Kreis. Weil man die jetzt so schön sieht. Ja, bei dir vor allem. Aber wir nehmen mal beide auf. Dann lade ich einfach hoch, weil meine Animationen im Ladebildschirm einfach besser waren. Du weißt halt wie. Das ist Entertainment der Spitzenklasse. Entertainment der Spitzenklasse. Oh ja. Ich hoffe, ich war laut. Nee, das hat sich einfach anders angehört, als wenn du sehr intim werden würdest. Entertainment der Spitzenklasse. War das jetzt laut? Das war einfach nur übersteuernd. Übersteuernd! Hör einfach auf, ja? Ey, ist das deren Ernst? Warum lassen sie mich jetzt in den Spotland alleine? Dann komm ich zu dir. Dann lass ich Illidan alleine. Das ist aber ein bisschen mysteriös hier gerade. Ich stell mir auch gerade Fragen, die man nicht sagen sollte, wenn man fragt, dass man sagt. Ich könnte jetzt argumentieren mit dem Buch, das ich heute gelesen habe. Nein, nein. Nicht deine Bücher. Die sind krank. Alter, hier gibt's keine Vision und die machen trotzdem da einen Fight, wo eine Vision werden sein könnte. Werden sein könnten. Werden sein könnten. Werden sein könnten. Und die haben gewonnen. Korrekt. Komm, wir müssen auch gewinnen. Alter, wir machen Damage. Ja klar machen wir Damage. Vor allem, weil ich den ja in deinem komischen Schwulding da drin stunnen kann. Mein komisches Schwulding. Jaja, kennst du das nicht? Ja. Am besten zusammenwirkle ich gleichmäßig viele Kristalle ein. Du ein, ich ein. Zum nächsten krieg ich. Alter. Fuck, ich bin gestand. Festgehalten. Und noch ein Kälteres. Ja, korrekt. Hast du schon von Triple Botlane gehört? No one mit. Ja, korrekt. Für uns. Ja. Ja. Hier, friss mein Heel, du kleiner Wichser. Ja. Genau das dachte ich mir auch. Ja, ja. Boah. Skill Shots. Wow. Wow. Boah ey, deine Skill Shots, die übertreffen ja, ähm. So über das Hochhaus, das neben mir steht. Hä? Hä? Nee. Wozu nimm den Hochhaus? Nee. Denne mich nicht an den Hochhaus, als hier ich das letzte Mal bei dir war. Aber das ist ein gedankliches Hochhaus. Ja gut, das ist auch monumental, ne? Monument. Alles überschattend. Wir müssen jetzt Begriffe für monumental finden. Hochhaus. Nein. Nicht hoch. Also ich geb mal drei ab. Ich find drei sind voll. Ja. So bin ich ein anderer Kollege. Ich fände sechs. Nein! Guck hier, frisst man hier. Ja ich bin trotzdem der. Jetzt kann ich die direkt einsammeln. Gut, dass ich vorher meine drei abgegeben hab. Ich kriegte leider nicht kaputt. Hä? Wie läuft der? Ja, jetzt hab ich. Nee, nee. Hm. War irgendwie kackt, der sich noch geheilt hat. Mhm. Pretty. Pretty kacke. Pretty kacke. Ey, Serathol. Das ist wieder drei unten. Alter, was ist denn hier los? Broadlane. 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 Egal, ich hab deine sechs auf jeden Fall schon mal eingesammelt. Also ich hab deine Inkompetenz ausgeglichen. Danke. Immer gerne. Das ist immer Rücksicht auf meine Inkompetenz. Komm! Fick ihn, fick ihn, fick ihn! Wo sind deine Spells? Die hab ich auf die Minions gehauen. Alter! Was ist das denn? Was ist denn hier für ein Gerät, ey? Hab ich ja noch nie gesehen. Skillt das jemand? Kann man das überhaupt skillen? Ich glaub das ist ein Hacker. Hacker direkt, ey. Ja, und recht wieder... ...schön die Bronchien auskotzen. Ja, ich hab mich vergessen zu muten. Bis ich von meinen Kristallen... ...alle bekommen, ey, kleiner Snüpfler. Wollen wir der Toplane helfen? Nö. Ich geh auf die Mitlane, da kriegen wir wenigstens ein bisschen Erfahrung. Ja, das ist chillig. Und die Kristalle, die da rumliegen. Da lagen hier wirklich welche. Du denkst, ich lüge? Nein, hier ist ein Serathol! Runter, dann kann ich dir helfen. Hilfe! In dem Sinne! Ich hab mein Bildschirm vollgerotzt! Vor Wut. Hä? Auf dich. Jaja, weil ich dich gerettet hab. Ich hab dir deinen Arsch gerettet. Aber vor allem hab die schon abgelassen. Komm, komm! Ich probiere so weit wie möglich zu dir zu kommen, dass du... Komm, sammle die ein, ich halt dich hoch. Ich halt dich hoch! Warum ganken die nur? Ja, das ist echt ne gute Frage. Ja, weil die Serathol haben glaube ich. Aber die sind auch halbwegs erfolgreich damit, weil wir nie die Toplane äh... Aber nie ist relativ. Wir haben zwei... Ja, wir sind auf jeden Fall vom Level vorne, klar. Weil wir mehr... Ja, und Kills gleichstand. Ja. Okay, das ist natürlich chillig. Und Kristalle leicht oben vorne. Oh, komm mal hier. Ich versuche abzugeben, dann sind wir fertig. Komm! Na schade, das ist direkt zu dem hingefallen, dem Wixer. Egal, jetzt können wir den hier noch ficken. Hi! Korrekt. Hol den! Na ja, für einen, einen Tower Range. Da ist ein Serathol noch unten gegangen. Oh, ich glaube da ist ein Serathol bei mir. In der Hood. Na, ich glaube Serathol hat sich auch gerade hart verabschiedet. Oh, der Kälters will auf mich gehen. Ich bin eh weg. Okay, okay. Sieht gut aus. Illidan springt über die Mauer um... Tower Damage zu kriegen. Okay, der weiß halt. Ein bisschen XP-Soken. Wie viele Crystals habe ich eigentlich? Sechs. Okay, das ist ja relativ entspannt. Ich bin tot. Gut. Du verstehst einfach auch deinen Job, ne? Ja. Aber ich hätte fast jemanden getötet. Aber ich hatte kaum Kristalle. Zwanzig? Vier. 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 Hast du gerade vier ganze Kristalle verloren? Ja. Ist das dein Ernst? Ist mein Ernst. Mein Völliger. Boah, du kleiner Wichse. Gut. Ist wieder super allein auf der Toplane mit dir, oder? Ja, ja. Ich liebe Solo Lanes mit... Ach, okay. War fast klar. Ich habe doch den getötet. Ich habe doch den getötet. Boah, Rhaegar. Nun kommt endlich keiner Toplane. Weil ich Bot verteidige. Und die Leute folgen mir. Ich will ja nicht sagen, dass es mega dumm ist, den Support alleine auf die Toplane zu schicken. Aber es ist mega dumm, den Support alleine auf die Toplane zu schicken. Jetzt sind die anderen drei. Na, jetzt sind alle Toplane. Jetzt habe ich aber keinen Mana mehr zum Stunnen, ne? Der Serratul hat 15 Steine. Ich habe 14. Rhaegar hatte irgendwie 18 oder so. Komm, 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 komm. Alter, unser Muradin hat 46. 47. 47. Er hat abgegeben. Ja, ich auch. Nicht mehr tot. Aber dafür auch der. Muradin hat schon wieder 20. Ne, der hat immer noch 20. Weil ich meine 20 abgegeben hatte. Ach so, darum. Das ist natürlich. Ja, praktisch. Haben wir Falten mit oder was geht gerade auf? Alter, der hat 26, 28 Stück der Kälte. Ja, natürlich. Nur der, der mit den vielen Kristallen lebt. Sicher? Ah, ich bin tot. Okay, das war jetzt mega dumm, dass du da noch eingelaufen bist. Ja, das war echt mega dumm. Alter. Egal. Die Steine sind weg oder hat Serratul die? Serratul hat 46. Also ja. Er hat die. Okay, wir müssen ihn aufhalten. Ne, ne. Okay, aber wenn Serratul eine dumme Aktion macht, ist er tot. Ja, das stimmt. Der hat 50 Steine. Fast 50 Steine. Serratul kommt runter. Da ist er. Oh. Gut, gerade ich aus dem Leben genügt, ja. Glaub ich auch. Als auf der Kälte hast du das überlebt. Hallo, Rainer, 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 Rainer. Was ist denn los mit uns? Heißt nicht. Okay, die Serratul Steine haben sich jetzt aufgeteilt. Ja, super. Oh. Raus da. Oh. Kannst du ihn heilen? Oh. Ne. Geh mal kurz, äh. Boah, Junge. Mount. Mount. Mount, äh. Müsst du aufpassen, die wollen, glaub ich, abgeben. Na, was wollen wir dagegen machen? Wir sind 4 gegen 4. Okay. Go, don't. Face, check the bush. Wo für Jaina. Das solltest du echt langsam aufhören, ja. Das sollte ich echt lassen. Das ist oft mein Tod. Das ist eigentlich fast nur dein Tod. Ja. Okay. Okay, die, die Kältersulti ist richtig stark. Ich hab aber grad mega scheiße gespielt. Um meine Ulti nicht mehr rausbekommen. Das war richtig schlecht von mir. Hinten, hinten, Rainer, 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 Rainer. Guck mal, der Rainer hat sein Ulti auf den, äh. Komm, 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 komm. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Einmal geht's, Bäck. die haben einfach viel besser gepusht im vergleich zu uns war deutlich oder rainer wir sollten jetzt echt mal die lans einfach pushen vor allem sollten hinten mal ein bisschen pushen ja ach kacke verlieren die netzwerke verlieren ja auch für leben über zeit einfach oder die verlieren ja auch einfach leben über zeit echt ja wusste ich gar nicht stark daraus ich habe serratour getötet im 1 gegen 1 ich habe auch was getötet ich habe keine heals ab ich bin komplette botlane durch push einfach weiter push weiter push weiter ok zwei sind tot zwei sind mitte also das solltest du relativ werden ok ich geh weg ich hab 21 steine ich will da nicht zu stark reingehen ja macht sinn ich komme unser top push da auch von alleine also das ist relativ entspannt gerade ich hab auf jeden fall gerade aufgeholt was die gebäude angeht ich hab 20 21 der hat 20 wenn wir abgeben haben wir schon wieder fast komplett komm lass abgeben ich geh mal auf meine sex ab ist ja egal eigentlich ok wir haben die fetten haben abgegeben ok wir haben hier keine unterstützung ich weck den jubel wow ok die haben Tyrael gefokust ne Tyrael Arthas und Murat die wird gerade getötet von den Banshees ja der kommt auch nicht zu mir warum haben die Arthas gefokust ja das weiß ich nicht aber ist egal locker easy wir machen das jetzt ja wenigstens bin ich gestorben und hatte keine kristalle mehr ja ja das war auf jeden fall gut dass wir die vor alle abgegeben haben bevor wir gefeiert haben hier 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 19 kriegt ihr nicht na auf keinen fall also jetzt nicht mehr wären wir da direkt hingegangen schon aber die haben aber nicht gewinnen aber was ist denn hier diesem Serato los der ist ja immer unsichtbar nein ja was Uhu Junge alles Uhus alles Uhus alles Uhus aus haben bitte ja Muradin ist tot der hat schön Steine verloren wie viele genau wie gesagt 16 scheiße da kommts nicht hin machen die Boss ne nicht rechtzeitig ne ich glaub nicht dass die Boss machen ne machen die nicht wow na jetzt ja ich hatte nix ab ähm ich komm ich werd einfach direkt rausgenommen von den beiden hallo hier sind ihr behindert der geht auf Seratoul kann Elida nicht mehr jumpen in der Reichweite wow oh was ist denn los mit dem Kerl wer der einfach bei mir geblieben hätten wir das ohne Probleme machen können ja aber der wollte unbedingt hopsen ohne Ende hopsen ja jetzt haben wir viele Steine verloren unnötig 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 ja die könnten ja guck mal auf jeden Fall einmal bei Boss nach oder ja mach ich ja die machen den sonst wäre er ja schon weg oh ja das finde ich ist eine gute Logik ja jetzt bin ich am Arsch ja ja wir sind jetzt am Arsch ne ja ja gut das war auch ein echt dämliches Passing von dir gerade ja boah ich bin so kacke ja wow ja super ja super g gut dass du mir jetzt schreibst ja ja ich wollte auch dir nochmal sagen dass du einfach valorreich gespielt hast ja ja das war eh mega kacke ja wir lernen aber abgesehen davon dass wir nur Wins auf unserem Kanal hochgeladen haben boah der Edi dann hat aber schlechte Schwingung erst mal Bad Game geschrieene kleine Wichser Junge ich lass dich nur um ja aber da kann man auch nichts mehr dran ändern und damit hau rein tschüss und wir wiedersehen ja tschüss